Der Talking is a free action. Das ist das Prinzip aller Rollenspiel. Du kannst reden, so viel du willst. Du kannst dich mit deiner Party vor Orks darüber beraten, wie du am besten die Orks abschlachtest. Und wer dann welchen Teil ist? Ist? Was hast du für ein Battle-Paper-Rollspiel gespielt? Wir haben die immer nur gelootet. Tippel, tippel, tippel. Ich bin jetzt dran, oder? Darf ich, darf ich, darf ich? Heute ist mein erster Tag hier als Warden. Harpoon! Wie der nicht gestorben ist davon. Ja, unrealistisch, Kreis. Was, Kreis? Ja, das ist ein Kreis. Und das Symbol war auch rot, Schettler. Okay. Da ich jetzt nicht schnell genug geschaltet soll. Ja, es tut mir doch leid. Das ist deine Chance, es wieder gut zu machen. Ich will mir dann vor, wie der Sprecher in seiner Kabine steht. Und jetzt ist dein Seiner Volcano. Und tust du, als wäre es epic. Volcano! Bam! Kreis? Scheiße, 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 scheiße. Nee, ich habe auch das Falsche gedrückt. Das wird schwierig, sich daran zu gewinnen. Da ist immer so eine Verzögerung drin zwischen den Angriffen. David ist ziemlich stark. Ja. Das Follower-Powered, Mann. Guck ihn dir an. Sieht aus wie der arische Supermensch. Vielleicht soll ich den so sprechen. Wie spricht denn der arische Supermensch? Ja. Wahrscheinlich so wie Doktor in irgendwelcher Weise. I will carry your... Sorry. I will carry out your wish. You said Dart. I cannot imagine there is somebody who intentionally comes to Helena. What are you up to? I'm stupid. I'm here to rescue someone important to me. Do you know anything about her? Her name is Saskia... Äh, Shana. Ursula, äh, äh... Äh, ähm... Annette, ähm... I am sorry, but... I'll look elsewhere. Wait! Nimm mich mit! I'll go with you. I thought you had to go back to the castle as soon as possible. She's important, this girl you are looking for. It's my problem. It was my fault. I didn't protect her from the giant dragon. I don't know what brought you here, but Helena is not that easy to go through alone. Here, take this. Dot, dot, dot. That goes for me too. Take me too. Take me. Now. Like you take the Assassin's Creed. But I can break out from here, together with you. Of course, with the girl. If it has to be. How come you trust me? We've just met... You just have the beautiful, most beautiful eyes I've ever seen. The way you made was quite impressive. Also, dem musste der Hautcharakter sein. I trusted you to guard my back, if you catch my drift. That's the way I think. Touch my spear, now. Alright, let's go together. I have an Assassin's Creed in my pants. Going to throw my harpoon. You look like... Let's go with each other. Quite literally. You look like you handled a lot of Assassin's Cocks. Assassin's Cocks, I'm sorry. Throw you and slip. Ah, Bastard. Got you now, you bastard. Ayoyoyo. Dreaming. Schnauze. So ging das nicht gar nicht. Aber wie cool es sich auch in den Kämpfen inszeniert. Ich frage mich, ob es später noch halt sowas gibt wie Summons und so. Was mich am Anfang von solchen Epic ist schon eine Frage. Wie epic wird das noch? Oder bleibt es so? Ich kann mir kaum vorstellen, wenn es hier um Drachen geht noch. Naja, ja, also wir haben einen Drachen gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob es in der Hauptsache des Spiels immer um Drachen geht oder so. Es wird später noch zu Panzer Dragoon. Und wir fliegen auf einem Drachen. Freude mir doch nicht, dass es das Spiel ist. Harpoon. 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 Ja. Der Jingle ist toll. Du hast gewonnen, jetzt gibt's Loot. Und Experience Points. Vielleicht auch ein Level A. Was ist das? Epic, 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 epic. Was wohl auf dich zukommen, Mann? Er ist der NICHT. Das sind Digo-Me-A-NICHT. Das sind Digo-Me-A-NICHT. Das sind Digo-Me-A-NICHT. Was? Ein Snack? Hm, na, 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 na. Äh, ja, muss jetzt ja nicht in jede Prison-Zelle rein. Mann, ähm. Abwechslung. Ja. Kein Deja-Vu. Wo ist es? Spieß sie auf. Mach sie, Platt. Du. Das ist mal so, dass es um einer den Bildschirm wegwischt. Ich liebe diese aufgemalte Tür. Ja. Großartig. Nimm mir nicht die Illusion, Leon. Es tut mir leid. Ich wollte dir nicht deine klinische Vorstellenskraft nehmen. Ah, shit. Jetzt hat mich die Pause da. Ich hatte den Kreis erwischt, aber den, äh, das X danach nicht. Harpoon. Harpoon. Er sagt das irgendwie so komisch. Ich stelle dir mal vor, er wäre Walfänger geworden. Jedes Mal. Harpoon. Oh, I love it. Schnauze. Mach einfach deinen Gottverdammten Job. Weißt du. Ich werde dich fangen, Moby Dick. Meine Harpoon. From hell's heart, I step at thee with my Harpoon. God, it's locked. Was sagt denn der Gott davon? Was genau so? Warum? Schicksal. Why? Why? Warum immer ich? God, it's locked. Guck mal, da stehen, da stehen vier Wachen, an denen du gerade vorbeigelaufen bist und reden wahrscheinlich über das Wetter. Die sind in der Etage über ihm, die können ihn nicht sehen. Ja? 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 Wie konnte ich... This room is extra light to guard it. Oder, keine Ahnung was da. Ja, tightly. Tightly, ja, sorry. Hätte auch keinen Sinn ergeben. Tightly. What about this key? Take it with us. We'll need it if the girl called Saskia is on the confinement. A quiet key to Saskia's side. Stand, 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 stand es drauf? Das ist hier der Zellenschlüssel. Ja, so ein kleiner Zettel. But why only that girl? I intend to ask her directly to the headwalk. Ich kenn nur ein Mädchen von da her. But that's after we rescue Shana. Na na na. Shana na. Shana na na. Shana na na. Shana na 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 na. Hör auf, mein Name so auszusprechen. Das ist jetzt direkt ein Schlüssel für das Ding. Genau, weißt du, und dann macht er die Tür auf. Oh, warum muss es von allen Menschen ausgerechnet Dart sein, der nicht recht ist. God, it's unlocked. Dart, hey. Warum warst du nicht bei den anderen als alle anderen gestorben sind? Dart, Dart, oh, oh, shit, nicht der. Ähm, ja, hallo Dart. Es ist versucht zu uns seit Jahren, ihn loszuwerden, ihm freundlich zu sagen, dass er kein Interesse hat. Irgendwie, oh, God. Oh, God, I'm the love interest for this guy. Arguing. Hey, don't give up. If we throw our hopes away, we are just food. The Titans ate everyone, oh, wait, wait, sorry. Everything is over. There is no way I can get out of here alive. Schon wie er übelst depressiv ist. Er hat mal seine Frau in voll nöhl. Warum haben sie mich nicht einfach getötet, als sie mich hierhergebrochen haben? Why? God. Tja, die Frage darf er sich jetzt weiterstellen. Es sei denn, sie kommen ja über die Bildschirme mit. Oh, ob das die Zelle ist, wo sie drin ist? Wirklich? Hello, guys. Oh, oh, oh. You, you are from Basel. Levitz, get them before they... Yeah. Yeah. Ich wähle dich, Levitz. Oi. Shit. Nasty. Levitz, you're not black anymore. Shit. Hey. Das gräuchte immer schön. Ja. Das dann nachzusagen, finde ich halt voll dumm. Irgendwie. Sparkle. Hey, gut. Das sah gerade mega-epic aus. Das hat nur sieben Schaden. Ja, es sind hier eben nicht so hohe Zahlen insgesamt, ne? Aber wer weiß, wo das noch hingeht? Aber dafür werden die Angreife episch angesagt. Das muss man ja mal so sagen. Ist Harpoon jetzt schon episch? Harpoon. Harpoon. Ich würde es auch so sagen, wenn ich mit einer Harpune kämpfen würde. Wart mal den nächsten Angriff ab. Fishing Pole. Müsst du eine Harpune nicht eigentlich auch so schmeißen können? Eigentlich schon. Und eigentlich ist es keiner Harpune. Genau. Und er würde dann die Leute so an sich ranziehen. Und gehen dann langsam die Waffen wieder raus. Das macht nicht mehr Schaden, wenn es Kreis ist. Das ist total random. Also, da gibt es bestimmt irgendein System dahinter. Aber er hat schon Zeit für Systeme. Sieg. Ich warte schon auf seinen nächsten Angriff. Nett! Fishing Spear! Was gibt es denn noch? Das können wir denn nicht benutzen. Meinst du, der kriegt dann so ein Dreizeit? Oh ja. Genau. Er wimmelt den auch so über seinem Kopf. Okay, der Fairness halber, das hat zum Beispiel Sid bei 577 auch gemacht. Sogar genau dasselbe, wenn ich mich recht. Das hat sie über Cloud gemacht. Und zwar mit seinem Schwert. Stimmt, mit dem Buster-Song. That voice! Oh Gott, no, it's her! Is that Shana? It's me! Me, it's you! Is that you, Dad? Du musst das enttäuschen lassen. Ach so, ja, okay. Ja, genau, was sie angepasst. Yes, it is me! I'm here to rescue you! Hurry up! The God is coming! Singular. We couldn't possibly overwhelm one man. Weil wir das ja nicht vorher schon gemacht haben. Shana! Wie sie da steht. Dad. Die Punkte ausgebracht hat er schon. I'm here to rescue you! Oh well. You haven't forgotten me, even though we haven't seen each other for five years. Years? Frage? How could I forget? Show me your face. Creepy. I haven't changed much. Yes, you have. You look much stronger. Much more like the dad I knew. Hurry up! The gods are coming back. Just a minute! So, damit dürfen wir auch eine Heilerin haben, ne? Sie geht aber auch sehr begeistert. Tschüss, Zelle! Das letzte, gerade das war doch so ein Seufzer. Ich hätte hier so glücklich sein können. Nettes, ruhiges Leben. The girl is breaking out! I want to let her! Leute, ich will hier gar nicht weg. Töte die anderen. Sie macht ja die ganze Zeit selten. Also gehst du. Dann zwinkert den Garze zu. Genau. Sie beteiligt sich nicht mal am Kampf. Gar nicht dabei. Danke, Shana. Du bist schon jetzt sehr nützlich. Darts sollte vielleicht mal irgendwas... Ja, aber du könntest vielleicht mal eins von diesen Items benutzen, das mehrere Gegner angreifen, ne? Ich würde dich auch mal ein Heilerin oder so machen. Pff, heil. Fisch und Schäuze. Gott save the Queen and all this Palava. Banny. Blue. I'm a blimey man. Oh, Mann. Da hinten sind noch ganz viele Harpoons in dem Fass. Er könnte so in jeder Hand eine haben. Vielleicht kannst du die so aufteilen. Es gibt doch in manchen Spielen, dass du entweder auf einen oder auf mehrere machen kannst. Ja, keine Ahnung. Was sagst du gerade? Ich wollte nur sagen, es sieht so aus, als wäre hinten in dem Fass noch mehrere Harpoons. Sondern es wäre cool, wenn er so in jeder Hand eine hätte. Akimbo-Hapoon! Hapoon! Double Hapoon! Triple Hapoon! Oh, Feuerwerk! Uh! Feuerwerk! Wir leben ja noch. Von wegen Feuerwerk, Kapihan, nur nicht getroffen in den Drecksplan. Was klatscht denn so ein fettes Stück Scheiß?